Ich weiß auch tatsächlich, woher er ist. Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Absolut lächerlich. Schaffe ich das? Es ist absolut ätzend. So, wie kriege ich das jetzt hin? Dreh doch die scheiß Kamera. Ja, interessiert mich überhaupt nicht, Alter. Nein, 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 nein. Alter, die wollen jetzt nicht ernsthaft, dass ich bis hier... Lauf nach da hinten. Lauf wieder zurück, oder was? Um darüber zu kommen jetzt. Ach, so eine Scheiße einfach. Mann, dieses Dreckspiel. So verpässt euch einfach weg mit dir. Ja, schütt nicht mal davon. Ja, ist ja gut, Mann. Ich weiß doch, wo der Scheiß ist. Ich treffe ihn halt sogar blind. Lauf mir halt ganz bis zum Anfang. Ja, am besten falle ich jetzt noch ins Wasser oder so. Ja, wie komme ich da jetzt hoch? Wie komme ich da jetzt hoch? Wie komme ich da jetzt hoch? Ja, leck mich auch mal Arsch. Absolut lächerlich. Dreh die Kamera ordentlich. Mann. So, man hat ihn schon gesehen. Und meine Vermutung war halt zum Glück richtig. Und so cold. Ja. Ja. WasOS. Musik. ja dann haben wir den nächsten stern stellen stellen 88 88 sterne und 444 sternteile damit haben wir aber schon terrasse und badezimmer komplett fertig das ist doch nice in der küche fehlt noch einer da fehlen jeweils auch noch einer die für noch alle da fehlt noch einer dafür noch einer dafür doch noch alle 4 wo alle fehlen und 6 wo einer fehlt kommt das hin hier wo alle fehlen also 6 24 und was habe ich gesagt 6 weiner fehlt denn müssen irgendwo welche mit siegen seien den kunders in zwei mit sieben müssen da sein wo laufe ich eigentlich was mache ich eigentlich gerade so ich wollte eigentlich mit ihm reden ich wollte eigentlich mit ihm reden aber gut damit er mir den kometen da in der küche gibt ich hoffe der tut es super gemacht freut mich gerade richtig haben wir die küche damit auch doch die küche habe dann auch fertig denn ist die küche zu 100 prozent fertig so ich glaube das war der auf zeit und da muss man sich von blaustern zu blaustern hangeln und da waren ne das war einfach nur kacke war das doch ja genau genau das war nur kacke man hat irgendwie eine halbe minute oder so oder eine minute eine minute aber guck mal wie lange ich hier schon für brauche das gute ist sie gibt es halt mehr als sondern münzen absolut schlecht gelaufen gerade war das war gar nicht so schlecht oh mein gott habe ich es für erst frei sieht ja gerade fast schon so aus oh mein gott nein 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 wer alter hätte ich das jetzt nicht mehr geschafft in der zeiten für diesen stern habe ich früher bestimmt keine ahnung 20 minuten gebraucht oder 30 keine ahnung gleich abspeichert den speicher hier ab so von sechs welten sage ich machen wir schon drei komplett fertig das ist sehr gut denn müssen wir jetzt ja eigentlich reifen ozean machen dazu gehen wir mal einfach mal da lang und gehen da pause pause nix pause es wird hier spiel durchgezockt wahrscheinlich oder ich wollte das spiel an diesem zeitpunkt eigentlich schon längst durch gespielt haben aber gut jag den meeresganoben einfach nur ich glaube hier gab es 100 münzen und die waren richtig ätzend also ich glaube dass ich glaube die ganz 100 münzen aber ich weiß dass sie ätzend waren es macht keinen sinn ich meine wenn ich weiß dass die ätzend waren kann ich ja nicht nur glauben dass es hier welche gab ich könnte jetzt schon ausrasten es ist jetzt schon ätzend kommt gibt mir den roten panzer das ist ich glaube es war einfach nur durch die acht ringe schwimmen mehr halt auch wirklich nicht der müsste die mission ist eigentlich schon geschafft sein ein bisschen abbremsen noch mal ja 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 Joa, das war's schon. Na, ist noch was zu sagen? Nicht schlecht für einen Menschen, ein Hai, ein Wort. Nummer 90. Juhu. Ich habe im Herbstwald und im Windgarten den Kometen. Aber bitte nicht wieder über die ganze Welt verstreut. Dankeschön. Also das ist halt so ein Weg, ne? Ich gehe halt jetzt diesen einen Weg. Und da sind die 100 Münzen. Und nicht, ich muss sie suchen, wenn so... Und so ein Bullshit. Da ist auch die Zeit vollkommen in Ordnung. Da hat man wenigstens eine kleine Herausforderung noch. Und nicht nur, ich suche sie wie blöd. Ich suche sie wie blöd. So, Hälfte haben wir schon mal. Mann, dieses Gehuste, ey, ne? Ja, wirst gar nicht, wie du mich das gerade nervt. Wieso ist hier Sand? Oha. Ganz vorsichtig. Sind das hier 10? Ja, schön, dass ich 90 habe, das kann ich auch sehen. Achso, das war die Frage. Ja, habe ich tatsächlich. Also heißt es, man braucht 90 und dann... Da hat man alle. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Super Mario Galaxy Parts. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.